Was für eine Schnabel-Show! Künstler Sprüß und Kunsthändler Vito Schnabel, 31, hat sich in Malibu spontan seiner Oberbekleidung entledigt und seinen Alabaster-Körper in die Sonne gehalten. Vielleicht um seiner neuen Flamme-Schauspielern Amber Heard, 32, zu imponieren? Die Ex von Joni Webb ist seit ein paar Wochen mächtig verschossen in den Ex von Heidi Klum. Ein offizielles Liebestatement gibt's aber immer noch nicht, aber die zwei können nicht genug voneinander bekommen. Zuerst tutelte sie mit Vito in New York, jetzt in Kalifornien. Und steht vielleicht ja auch auf sein anderes Geschoss, den schicken Ferrari, mit dem Vito-Sieb zum Essen vor. So ein schneller Flitzer und eine Einladung ins VIP-Restaurant, Nobu, sollten Vito doch zumindest durchaus Pluspunkte sichern. Mehr Pro-News gibt's auf BILD-Facebook, jetzt folgen. Vito-Sieb zum Essen. Wo ist dassa. ? ... Woört schenig dir? Wo Școck?